So, ich war einkaufen im Aldi und da dachte ich mir, oh da gibt es ja Holz, das muss ich mir angucken und das habe ich gemacht. Und dann dachte ich mir, ach das könnte ich euch doch eigentlich mal erzählen, weil wenn ich mir Holz angucke, dann denke ich da länger drüber nach, als das wahrscheinlich so ein Otto Normalverbraucher macht. Bin ich ja bei vielem, aber halt nicht bei Holz. Und drum gucken wir uns das jetzt einfach mal gemeinsam an. Das ist jetzt ein billiges Handyfoto von dem Holz, was es gerade jetzt aktuell bei Aldi zu kaufen gibt. Und da versuchen wir jetzt mal anhand des Etiketts von dem Holz rauszufinden, ist das jetzt ein gutes Holz, kann man das guten Gewissens kaufen oder ist das ein böses, böses Raubholz, das den Regenwald abholzt, beispielsweise. Also Spoiler, letzteres ist definitiv nicht der Fall. Ich möchte auch nicht von Aldi verklagt werden. Dementsprechend mindestens halbwegs okay wird es sein und das ist auch so. Aber woran erkennen wir das jetzt? Damit ist die Spannung schon kaputt gemacht, jetzt hatte die hoffentlich gehofft, dass es jetzt wieder ein Riesenskandal. Aldi verkauft böse Dinge und so weiter und so fort gibt. Damit kann ich leider nicht dienen. Und ja, woran erkennen wir das jetzt? Das wollen wir uns jetzt im Einzelnen mal ein bisschen angucken. Also zunächst mal Natur belassen, ganz oben. Das ist was, was klingt gut, ist aber tatsächlich einfach fast immer der Fall. Wer das Holz irgendwie zu behandeln, würde ja zusätzliches Geld kosten. Deswegen kannst du es aber nicht unbedingt teurer verkaufen. Von daher ist es naturbelassen zu verhökern, die einzig sinnvolle Möglichkeit, um überhaupt Brennholz zu verhökern. Alles andere macht wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn. So, dann europäisches Weichholz. Ja, Hartholz könnte man auch verkaufen, müsste man natürlich teurer verkaufen, weil das länger brennt. Und das würde man sich normalerweise dann auch entsprechend finanziell honorieren lassen, wenn man Holzhändler ist. Daher Weichholz üblicherweise das, was man halt, wenn man mal Holz im Supermarkt, im Baumarkt oder Ähnlichem kauft, im Regelfall findet. So, europäisch. Da kann ich euch mit ziemlicher Sicherheit garantieren, dass damit nicht die Schweiz gemeint ist, die sich ja auch in Europa befindet. Europäisch heißt also auch nicht unbedingt EU-Holz. Es könnte also auch ein Nicht-EU-Land sein, potenziell. Früher mal, das ist inzwischen eher unwahrscheinlich, könnte das zum Beispiel auch aus Russland, dem europäischen Teil Russlands, stammen. Und dann wäre die Aussage korrekt. Aber de facto ist es statistisch gesehen fast immer Osteuropa, wenn europäisches Weichholz einfach nur draufsteht. Wirklich fast, fast immer. Aber an der Handelströme vom Holz in Europa kann man das einfach als sehr wahrscheinlich ansehen. Das muss hier nicht zwingend der Fall sein. Ich kann das auch nicht wissen. Das kann keiner wissen, außer derjenige, der es tatsächlich weiß. Aber meistens wird das gar nicht so genau dokumentiert. Daher, ja, vielleicht weiß es momentan gerade so, wie das jetzt im Laden liegt, gar niemand mehr, wo das jetzt exakt hergekommen ist. Durchaus vorstellbar. Am wahrscheinlichsten ist schlicht und ergreifend Rumänien, weil die am meisten Holz exportieren. Derzeit kann es sich, da gibt es kleine Schwankungen, das kann vom einen Jahr zum anderen Jahr mal ein bisschen anders sein. Aber Rumänien ist sicher sehr weit oben auf der Wahrscheinlichkeitsliste, wo das jetzt her sein könnte. So ist das jetzt schlimm. Ähm, jein, für bestmöglichstes Brennholz, das man möglichst nachhaltig verheizen möchte. Da sollte man natürlich Holz von um die Ecke nehmen, weil bei Holz kommt es ganz entscheidend darauf an, wie lang der Transportweg ist, bis man es dann da irgendwo nutzt, wo man es dann halt mal nutzt. Und aus Osteuropa ist es halt eine Zeit lang unterwegs, vermutlich bestenfalls auf den Schienen. Das ist aber eher unwahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich über einen LKW transportiert. Und das ist dann nur so bedingt nachhaltig. Beziehungsweise der eigentlich CO2-neutrale Brennstoff Holz ist nur in der Theorie CO2-neutral, weil in der Praxis kommen ja auch Transportkosten obendrauf. Und die sind, wenn er durch Europa gekarrt werden muss, halt entsprechend durchaus existent. Zumal Holz kein besonders leichtes Produkt ist und so viel Holz in so einen LKW gar nicht reinpasst. Das heißt, man zahlt schon einen gewissen Anteil an der Fuhre, beziehungsweise am CO2-Verbrauch des LKWs, Spritverbrauch und so weiter, hiermit. Das heißt, dass es trotzdem günstig verkauft werden kann, obwohl es von so weit weg kommt und Holztransport teuer ist, spricht natürlich dafür, dass es sehr günstig in Osteuropa eingekauft werden musste, damit sich das überhaupt rechnet, für Aldi letzten Endes, um uns das in Norddeutschland anbieten zu können. Also derjenige, der das ursprünglich mal in seinem Wald stehen hatte, hat nur einen Bruchteil von dem verdient, was ihr jetzt zahlt, wenn ihr es bei Aldi einkauft. So funktioniert Marktwirtschaft, das kann man schlimm finden, das ist allerdings die Realität und das möchte ich Aldi jetzt in dem Sinne auch nicht unbedingt vorwerfen, weil, ja, meine Güte, bin ich Jesus? Nee, bestimmt nicht. Gut, und dementsprechend ist es das, was wir aus europäisches Weichholz schon mal ablesen können. Gut, dann soll das Anfeuerholz sein, aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Waldwirtschaft ist auch so ein kleiner Kniff, ne? Sie schreiben nicht Forstwirtschaft, sie schreiben Waldwirtschaft. Ist es garantiert nicht, Waldwirtschaft wäre ein Wald, der so naturnah bewirtschaftet wird, dass ein Unterschied zu einem völlig unbewirtschafteten Wald fast schon nicht stattfindet. Das ist garantiert nicht der Fall, es sei denn, dass hier ist illegales Holz aus Urwaldabholzung, aber das möchte ich auch garantiert niemandem unterstellen. Dann wäre Waldwirtschaft aber korrekt. Böse, aber so ist es. Dass da jetzt Waldwirtschaft steht, liegt einfach daran, dass das natürlich schöner klingt. Restfeuchte unter 15%, das ist gut, da gibt es nichts dran auszusetzen und ja, das ist einfache platzsparende Lagerung und blablub, das ist natürlich jetzt alles Marketing und einfach noch ein paar schöne Sprüche, die wir draufschreiben können, damit es sich besser verkauft. Ist ja bei jedem Produkt so, möchte ich auch niemandem vorwerfen. So funktioniert die Welt. 100% natürlich. Premium-Qualität, naja, aus Holzsicht, aus Holzwissenschaftssicht, wenn es Premium-Qualität wäre, wäre es kein Brennholz. Dann wäre es entweder Bauholz oder Konstruktionsholz, Furnierware, sowas in die Richtung, aber ganz bestimmt kein Brennholz. Aber für Brennholz ist es völlig in Ordnung. Ja, also man kann an dem Holz, wie gesagt, ich habe das leider nicht fotografiert, schade, aber das Holz ist tiptop in Ordnung. Da ist überhaupt nichts dran auszusetzen für Brennholzverhältnisse. Von daher ist das okay. Kein Tropenholz ist wichtig, ist auch ein Stück weit ein Versprechen. Sowas kann man fast immer glauben. Weil sollte da doch mal Tropenholz in einer relevanten Menge in diesen Holzbündeln drin sein, dann kann jeder Forstwissenschaftler, der mal die einkaufen geht, und das bin nicht nur ich, so gut verdienen wir alle nicht, dann kann jeder, der sich da einigermaßen auskennt, ein Tropenholz in so einem europäischen Weichholzbündel durchaus erkennen. Das wäre also ein Riesenrisiko, hier so das draufzuschreiben, wenn doch Tropenholz drin sein sollte. Macht auch finanziell überhaupt keinen Sinn, Weichholz aus Osteuropa billiger zu kriegen als Tropenholz. Und das wäre einfach Quatsch, dann hier noch Tropenholz in das Sortiment einzumixen. Also das darf man guten Gewissens völlig glauben, das ist so. Und das ist es im Wesentlichen, was wir hier an interessanten Zeug zu sehen kriegen. Teilweise steht noch tatsächlich eine Firma drauf, die das Ganze dann vertrieben hat. Das habe ich jetzt hier unten dummerweise abgeschnitten. Keine Ahnung mehr, was das war. Sagt mir dann aber im Regelfall auch nichts. Und euch wird es auch nichts sagen. Das muss man nicht extra groß recherchieren. Macht keinen großen Sinn. Wichtig ist, das Allerwichtigste am ganzen Plakat, Mitte links, PEFTS. Dieses weiße Logo mit PEFTS draufstehend und den zwei Bäumen und dem Krängel drumherum. So und darum soll es jetzt nochmal ein bisschen gehen. Und ich versuche mich ja wirklich kurz zu fassen, aber ich bin halt ich. So, das ist das PEFTS-Logo in groß und in nicht so schöner Auflösung. Das ist das Program for the Endorsement of Forest Certification Sheems oder so ähnlich. Kann kein Mensch korrekt aussprechen, kann kein Mensch sich merken und ist auch vollkommen scheißegal. Ganz ehrlich, niemand in der Forstbranche, also gut, vielleicht fünf Leute, die da arbeiten, wissen, was PEFTS eigentlich heißt. Grob zusammengefasst gibt es weltweit zwei Holzzertifizierungsprogramme, die eine Rolle spielen. Das ist einmal der FSC, der Forest Stewardship Council. Das gibt es dann als FSC-Logo, auch mit einem Bäumchen drumherum, auf verschiedenen Holzprodukten. Habt da garantiert schon mal irgendwo gesehen. Ich blende es auch gleich nochmal irgendwo ein, denke ich, beziehungsweise erwähne es nochmal schnell. Aber das zweite ist dann PEFTS. PEFTS ist ein bisschen jünger als der FSC, aber nicht viel und gilt als einfacherer Holzstandard. Das ist also FSC sozusagen ein Stück weit, mit großer Vorsicht zu genießen, der Premiumstandard und PEFTS ist so der einfache Normalstandard. Zumindest in der Praxis. Wenn man PEFTS selber fragt, erzählen sie einem natürlich, dass sie großartig sind. Das ist auch legitim. Würde ich auch machen, wenn ich PEFTS wäre. Aber ja, so kann man es ganz grob mal zusammenfassen. So, und wenn jetzt also PEFTS auf unserem Holz draufsteht, dann bedeutet das, dass ein Zertifizierer ein Stück Wald irgendwo auf dem Planeten so gut gefunden hat, dass er der Meinung war, okay, dieser Wald verdient jetzt ein PEFTS-Zertifikat und dann steht das da jetzt drauf. Und damit kann derjenige, dem der Wald gehört, sein Holz mit einem PEFTS-Zertifikat verkaufen. Ganz einfach formuliert. So, im Detail bedeutet das Folgendes. Das ist jetzt mal die Wikipedia-Zusammenfassung, was der PEFTS-Standard eigentlich beinhaltet. Man kann natürlich auch noch die Langfassung lesen. Das ist dann ein Haufen Text. Und bis ich euch das alles zusammengefasst habe, habe ich gedacht, kopiere ich einfach mal hier schnell, einfach mal von der Wikipedia-Seite, der PEFC-Wikipedia-Seite, mal diesen Text runter. Was ihr hier seht, neben ein paar Füllwörtern, ist halt vor allen Dingen diese Punkte. Hinter den Punkten steht ein jeweiliger Standard, der eben erfüllt sein muss, damit ein Wald PEFTS-Zertifiziert sein kann. So, und die gehen wir jetzt mal eben durch. Die obersten fünf Punkte sind international. Das heißt, egal wo das Holz auf der Welt PEFTS-Zertifiziert wird, sollten zumindest diese fünf Punkte erfüllt sein. Und die unteren Punkte, das sind die, die zusätzlich noch in Deutschland und ein paar anderen Ländern gelten, wo halt eben strengere Maße der, strengere Anforderungen an den Wald herrschen dürfen, weil das entsprechende Land wohlhabend ist, beispielsweise. So, also, der Schutz von ökologisch besonders wertvollen Waldgebieten ist international ein Thema. Das heißt, mit dem PEFTS-Holz kannst du davon ausgehen, dass das nicht jetzt irgendwie aus irgendeinem Urwald stammt, der ja ein wichtiges Waldgebiet wäre. Das ist tatsächlich so und das ist auch der wesentliche Pluspunkt von PEFTS-Holz zu überhaupt nicht zertifizierten Holz, dass man zumindest ziemlich sicher sein kann, dass es eben nicht aus einem extrem wertvollen Waldgebiet stammt. So, dann der Verbot des Einsatzes von genetisch manipulierten Organismen ist international in manchen Ländern potenziell ein Thema in der Forstwirtschaft noch nirgendwo auf dem Planeten. Wir haben keine GVOs in der Forstwirtschaft. Da gibt es einfach noch nichts, was da gut genug wäre, dass das überhaupt Sinn machen würde. Das mag sich irgendwann mal ändern. Momentan ist das noch kein Thema. Die Einhaltung von grundlegenden ILO-Kernarbeitsnormen, ich fasse das mal ganz einfach zusammen. Es gibt so ein paar Standards der Forstwirtschaft, wie die durchgeführt werden soll. An die soll man sich halten. Ganz einfache Sachen. Das ist auch eine ganz gute Sache. Die Sicherstellung von Schutzmaßnahmen der im Wald arbeitenden Menschen soll heißen, die müssen den Helm aufhaben und ein bisschen Sicherheitskleidung und so ein Kram. Das ist auch eine sehr gute Sache. Das ist international auch wirklich ein Thema. Teilweise wird da in T-Shirt und kurzer Hose mit der Motorsäge gearbeitet. Hochgradig lebensgefährlich. Und das ist sicher besser so. Und die Berücksichtigung von indigenen Völkern. Auch eine schöne Sache, insbesondere bei Tropenpeffzholz spielt das eine größere Rolle. Klappt meistens recht gut. Gibt auch Fälle, da könnte es besser sein. Wie alles auf dem Planeten, nichts ist perfekt. Aber besser so als gar nicht zertifiziert. Gar nicht zertifiziert bedeutet zum Beispiel gerade bei Tropenhölzern häufig Mafia-ähnliche Strukturen. Sklavenarbeit kann man durchaus wirklich so nennen. Und davon, zwischen dem nicht zertifizierten und Peffz liegen also wirklich Welten. Peffz mag nicht perfekt sein, aber nicht zertifiziertes Holz ist wirklich aller, aller, aller unterste Schublade und hat nichts mit der Würde des Menschen, die unantastbar sein sollte, zu tun. Gut. Und dann die Zusatzpunkte, die in Deutschland gelten. Also der obere Kram, das ist in Deutschland alles sowieso gegeben. Das gibt keinen einzigen Wald, wo das nicht gegeben wäre. In Deutschland braucht man sich, was das angeht, keine Gedanken machen. Damit wäre das Peffziegel bei uns quasi nutzlos, weil der komplette Wald es bekommen würde. Und deswegen gibt es halt eben noch ein paar strengere Regeln. Wie gesagt, Mischbestände aus standortgerechten Baumarten sind zu erhalten bzw. aufzubauen. Das klingt erstmal toll und das ist auch gut. Aber im Detail bedeutet das lediglich, dass ein Wald dann gemischt ist, wenn er 10% einer zweiten Baumart beinhaltet. Das heißt, 90% Fichte und 10% Buche ist ein Mischbestand. Ja, und das ist, sagen wir mal so, ist besser als 100% Fichte. Aber gut ist das noch nicht. Das würde ich jetzt so als geht gerade noch durchgehen lassen. Also wirklich so ein gerade noch so, bestenfalls. Und das gibt schon die Zertifizierung. Also hoch sind die Anforderungen nicht. Und das geht auch weiter mit Kahlschlägen, die grundsätzlich zu unterlassen sind. Da gibt es nämlich jede Menge Ausnahmen, wo man dann trotzdem mal einen machen darf. Aber das ist vielleicht noch mit der stärkste Punkt in der Peff-Zertifizierung, dass du halt eben keine Kahlschläge machen kannst. Je nach Bundesland sind Kahlschläge schon jetzt verboten. Je nach Bundesland sind sie manchmal auch noch so halb erlaubt. Das wird sich sowieso bald ändern. Dann, wir kriegen demnächst ein neues Waldgesetz und das beinhaltet dann ein vollständiges Kahlschlagsverbot für Gesamtdeutschland. Und dann ist es im Grunde sowieso egal, wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist, brauchst du die Zertifizierung dafür nicht mehr. Bisher ist das aber ein guter Punkt. Und das ist wirklich was, da gehört Lob und Anerkennung verteilt. Das ist was Gutes im Peff-Standard. So, angemessener Totholzvorrat ist zu erhalten. Das ist leider auch sehr wischiwaschi, wie so ein angemessener Totholzvorrat genau aussehen soll. Die beste Möglichkeit, um anzugeben, wie viel Totholz da ist, beziehungsweise wie viel Totholz man haben möchte, ist tatsächlich eine Volumen pro Hektar Angabe. Also sagen wir mal, du willst 30 Kubikmeter Totholz pro Hektar rumliegen haben, dann ist das eine konkrete Zielsitzung. Das kann man erfüllen, das kann man nicht erfüllen. Das macht der Peff-Standard aber nicht. Der sagt bloß, ja, den Gegebenheiten vor Ort ist Rücksicht darauf zu nehmen, dass halt ein bisschen Totholz da ist. Das ist also sehr, sehr, sehr vage formuliert und sollte in, ich sag mal, 90% der deutschen Wälder gegeben sein, dass diese geringfügigen Anforderungen in den Totholzvorrat vorhanden sind. So, beim Einsatz von Maschinen ist der Boden besonders zu schonen. Auch da wieder minimalste Anforderungen. Das heißt, du sollst nicht wie Kraut und Rüben mit dem Bagger durch den Wald fahren. Wer das macht, ist eben der miserabelste Förder von Deutschland, weil man sich damit einen Haufen Produktionsfläche kaputt macht und hinterher weniger verdient. Und es einfach völlig sinnlos wäre, seinen Boden nicht zu schonen. Und besonders intensiv schonen ist schon wieder nicht vorgeschrieben. Also eine minimale Botenschonung ist sozusagen auch schon alles, was man machen muss, um das Zertifikat zu bekommen. Und die ergibt sich von alleine, weil, wie gesagt, niemanden, der wirklich seinen Wald bewirtschaftet, um davon zu leben oder dem Wald was Gutes zu tun, die sind hier beiden Gründe, warum man Wald bewirtschaften könnte, hat Interesse daran, unnötig viel auf seinem Boden rumzufahren. Und lediglich das völlig unnötige Rumfahren wäre verboten, um das Zertifikat nicht zu bekommen. Also auch hier wieder sehr unaussagekräftig, sehr nixsagend. Das tut mir jetzt leid, aber der PES-Standard ist halt schon gerade mal das absolute Minimum, was man grob erfüllen muss. Aber dazu gleich noch mehr. So, der Einsatz von Pestiziden ist zu vermeiden. Es sei denn, man hat einen guten Grund, sie doch zu verwenden. Also es ist kein totales Verbot, dass du sie niemals verwenden darfst, sondern du sollst sie nur dann einsetzen, wenn es wirklich notwendig ist. Das macht ohnehin jeder momentan auch schon so, weil Pestizide kosten Geld, unnötig Geld ausgeben macht keiner. Ist also auch ein Stück weit meiner Meinung nach für den Eimer. Das ist übrigens Meinung. Grundsätzlich, meine komplette Ausführung jetzt hier zum PES-Standard, ist ein Stück weit Meinung. Ja, da kann man sich auch drüber streiten. Für mein Verständnis von ökologischer Waldbewirtschaftung geht das aber hinten und vorne nicht weit genug. Ich verlinke euch auch noch Quellen dazu, falls ihr das noch näher überprüfen wollt. Und wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es bitte gerne in die Kommentare und PES verteidigen wollt. Das dürft ihr gerne machen. Ich würde mich freuen, wenn es dazu in eine Diskussion kommen sollte. So, auf die geschützten Biotope und Schutzgebiete, bla bla, ist Rücksicht zu nehmen, ist in Deutschland standardmäßig sowieso immer so. Gerade seit wir Flora 2000 und FFH, also Flora, Fauna, Habitat, Gebiete durch die EU noch aufgedrückt bekommen haben. Das ist nicht schlecht, das ist eine gute Sache der EU. Muss man an der Stelle vielleicht mal anmerken. Sind die fast immer irgendwo gegeben und dass man darauf Rücksicht nehmen muss, muss man sowieso. Das ist also einfach, halt dich an die gesetzlichen Regeln. Dann kriegst du ein Zertifikat zusätzlich dazu, dass du legal Forstwirtschaft betreibst. So, wichtig ist natürlich, dass wir es hier, aber jetzt nicht, ja da ist es wieder, mit dem deutschen, sondern mit dem internationalen Standard zu tun haben. Und der stellt halt lediglich sicher, dass die Abholzung so halbwegs legal erfolgt ist und da noch ein bisschen Wald übrig ist und das Ganze eben nicht in einem Naturschutzgebiet erfolgt ist. Das ist dann also schon deutlich weniger der Anforderung und diese internationale Anforderung sozusagen kann in Europa auch wieder fast jeder Wald, der forstlich genutzt wird, erfüllen. So dummerweise gab es jetzt in der Vergangenheit hin und wieder mal ein paar kleine Skandälchen, bei denen eben doch illegales Holz oder zumindest sehr, sehr fragwürdiges Holz, wo man die Legalität so ein bisschen herbeireden musste, in PEFs Sortimenten gelandet ist. Übrigens auch beim FSC, das haben also beide Holzzertifizierer gemeinsam, dass da hin und wieder auch mal Schindluder getrieben wurde und Zeug mit der Siegel bekommen hat, dass das Siegel nicht hätte bekommen sollen. Zur Fairness muss man sagen, wie gesagt, das kommt bei jedem Zertifizierungssystem vor, aber ja, PEFs International ist die Mindestanforderung, bei der man gerade so sagen kann, okay, das Holz kann man kaufen. Soll bedeuten, ist dieses Aldi Holz jetzt besonders nachhaltig? Nö. Ist es aber wenigstens nachhaltig genug, dass man es kaufen kann, ohne im nächstgelegenen Wald auf die Knie fallen zu müssen und die Waldgotter um Verzeihung anzubeten? Das schon. Also es ist schlicht und ergreifend ausreichend. Nicht toll, kannst du aber kaufen, insbesondere wenn du aus Geld gucken musst und nur ein kleines bisschen Anfeuerholz brauchst, weil du hin und wieder mal ein kleines bisschen Anfeuerholz brauchst. Also das ist dann schon in Ordnung, völlig, aber wer große Mengen von Holz einkaufen möchte, tut sowieso besser daran, das vor Ort aus dem heimischen Wald zu tun. Vielleicht selber noch einen Motorsägenschein machen und selber sägen gehen, das macht auch noch Spaß. Man kann natürlich auch ohne Motorsäge sägen gehen, mit irgendwelchen großen Katana-Boy zum Beispiel, so riesige Sägen, mit denen man das einfach von Hand machen kann. Das macht auch Spaß und dann heizt Holz zweimal. Einmal beim Holz machen und einmal beim Verheizen. Ist so ein Klassiker. Aber ja, das kannst du kaufen und man kann halt dir hier keinen Vorwurf machen, dass sie das so anbieten. Die sind ja bekannt dafür, dass sie günstige Preise haben wollen und wenn du günstiges Holz verkaufen willst, dann ist das das bestmöglichste günstige Holz, das du noch günstig anbieten kannst, zumindest in der Welt, in der wir leben. Also ist das alles in Ordnung und damit soll es das gewesen sein, damit ich hier nicht noch länger um den heißen Brei drumherum rede. Ach nee, halt, eine Kleinigkeit hätte ich noch, Sekunde. Nur der Vollständigkeit halber hat Aldi nämlich auch noch Holzbriketts, jetzt mit einem noch schlechteren Foto. Die sind, abgesehen davon, dass da mehr oder weniger dasselbe draufsteht wie auch auf dem Scheitholz, 100% reines Holz ohne Bindemittel. Ja, Bindemittel würden auch Geld kosten, also ist wieder das gleiche Argument wie mit dem natürliches Holz. Aber hier steht es noch zusätzlich Made in Germany drauf. Und Made in Germany könnte man jetzt meinen, oh, das ist aber super, die sind gepresst und zusammengebastelt, Made in Germany. Das Holz selber kommt wieder aus wahrscheinlich sonst woher. Das ist hier jetzt nicht explizit erwähnt, muss es nämlich nicht, weil hergestellt ja in Deutschland. Und das ist so ein Trick, da möchte ich jetzt Aldi auch wieder nichts Böses unterstellen. Das ist hier schon in Ordnung und mit dem PEFTS-Logo, das kann man schon kaufen. Aber das ist so ein kleiner Trick, um das Ganze halt nochmal ein bisschen besser wirken zu lassen, als es tatsächlich ist. Holz aus irgendwo, also schon wahrscheinlich auch in diesem Fall Europa, darf man sehr von ausgehen, ist halt in Deutschland kleingeraspelt worden und damit ist es jetzt Made in Germany und ein deutsches Produkt. So ähnlich funktioniert zum Beispiel auch Raubbau durch die Chinesen in verschiedenen Tropenwäldern Indonesiens. Also da ist es wirklich hundertprozentig Raubbau, da muss man nicht diskutieren. Dass die da das Holz klauen, internationale Handelsabkommen und Zertifizierungsmethoden einfach ignorieren, dass mehr oder weniger hintenrum, ohne dass das irgendjemand von irgendwem Internationalem sozusagen kontrollieren könnte, schaffen sie es nach China, bauen einen Stuhl draus, verkaufen den Stuhl als Made in China und weil der Stuhl kein Rohholz mehr ist, muss der Stuhl nicht mehr gekennzeichnet werden als Holz aus legaler Quelle und so weiter und so fort und ja, so kriegst du quasi illegale Hölzer in den Weltholzkreislauf und wirst nie erfahren, ob es nun illegales Holz aus Tropenraubbau zum Beispiel, aus Sklavenarbeit oder aus einer halbwegs verantwortungsvollen Tropenwirtschaft gewesen ist, wirst du nie wieder erfahren. Und das ist hier nicht der Fall, ganz klar, weil da ist ja ein PEF-Siegel drauf, das heißt, man kann hier Aldi wirklich keinen Vorwurf machen, das ist ein günstiges Holz, aber ist okay. Besser geht natürlich immer. So, und dann noch was allerletztes, das da, das ist so ein ziemlich mieser Fichtenreinbestand, der ist gerade so zu schlecht, um PEFs zertifiziert zu sein. Also, sollte man meinen, zumindest nach meinem Verständnis, kriegt das da gerade so nicht mehr die Zertifizierung. Stellt ihr euch vor, dass da irgendwo in diesem Bild eine Buche rumsteht, eine kleine, dann reicht es schon wieder, sozusagen. Und vielleicht liegt noch irgendwo ein toter Ast am Boden, dann hätten wir die Voraussetzungen für eine PEFs-Zertifizierung plus minus auch schon wieder erfüllt. Einfach nur, damit er dafür vielleicht nochmal ein Bild im Kopf hat. Also, wirklich das absolute Minimum, gerade so. Also, wer es sich leisten kann, FSC-zertifiziertes Brennholz zu kaufen, oder noch besser halt eben bei sich aus dem Wald um die Ecke. Das wäre schon nochmal ein Ticken nachhaltiger als PEFs, aber wer mal eben ein bisschen feuern möchte, habe es jetzt dreimal gesagt, ist okay. So, und damit macht es gut und bis zum nächsten Mal.